Die kleine Slamarella wollte euch allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen und sich mal wieder zeigen. Vielleicht kann man ja jetzt mittlerweile erkennen, was das für eine hübsche ist. Die lässt sich nicht ärgern. Also, was willst du denn nun? Kleine Slamarella. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020